Okay. Was ist denn das war schon richtig oder? Ah ja, okay. Ich speichere das eigentlich automatisch, aber habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Aber da kommt ja mal so 1000 Einblendungen. Wenn dieses Zeichen kommt, speichert das Spiel automatisch. Ich habe es jetzt nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Oh. War das gut oder schlecht? Ich habe da gefallen. Oh, guck mal da. Okay. Ist noch so ein Ding? So, was da ist, finden wir relativ häufig jetzt gerade. Drei Stück schon. Ah, da kann man wieder hochklettern. So, dann wollen wir nochmal versuchen. Zack. Schwinge, umschwung zu unspringen. Ist ein Grundleuchter. Ah, okay. Wo ist unser... Ach, komm mal da vorne ist noch was. So was. Zack. Vier Stück schon? Mensch. Okay. Ah, da kann ich runterfallen. Schon ganz okay. Ah, das ist sein Sohn, Alucard. Oder Trevor. Was war nicht? Trevor Belmond. Der Spiegelbild des unschuldigen Jungen. Das der Spiegel des Schicksals Dracula zeigte. So, die Gedanken seines reumütigen Vaters Seim. Als Bruder dafür, dass er ihn dazu verdammt hat, für immer unter dem Vampirflug zu leiden. Die gemeinsamen Augenblicke mit seinem Erstgeborenen, die nie stattgefunden haben, erwachen nun als Bruchstücke seiner Erinnerung zum Leben, um uns Schatten in seiner düsteren Erinnerung Licht entgegenzusetzen. Wenn man die Bruchstücke zusammensetzt, scheint ein unbekanter Zweck erfüllt zu werden. Deshalb führte der junge Trevor seinen Vater durch die Burg. bis an die linksten Exzellenzverstands, wo die verlorenen Erinnerungen verbogen sind, die es zu offenbaren gilt. Du wirst für das bezahlen, was du meiner Mutter und mir angetan hast. Trevor Belmond. Warte, Schicksal. Ich gebe es zu. Wird davon auch nicht so nahetragen sein, ne? Woher denn da hin? So. Ah, da ist das Speicherzeichen. Ja. Machen wir noch ein bisschen. Ja, ich spiele noch. Ich habe gerade Lust, weiterzumachen. Ist cool. Macht Spaß hier. Zack. Okay. Noch ein Soldat. Mit einem Tag. Missionsanforderungen. Missionsanordnung für den Unteroffizier 1. Klasse Antrieos Abteilung 114. Wir wurden vor der Existenz einer gewaltigen Kreatur aus Blut und Stein in Kenntnis gesetzt. Du dich Bernhards Flügel wandelst. Ursprung ist nicht bekannt, doch es könnte sich um einen mächtigen, vermündeten Schattenbratzen selbst handeln. Deine Aufgabe beschränkt sich darauf, sie zu beobachten und dem Rat der Weisen von deinen Untersuchungen zu berichten. Unter keinen Umständen darfst du mit ihr in Kontakt kommen oder sie in irgendeiner Weise auf oder irgendeiner Weise auf deine Anwesenden aufmerksam machen. Außerdem musst du die Arbeit eines deiner Kameraden Vorsitzenden, der unsere Anweisung ignoriert und Erkundung in dem Bereich anstelle. Auf der Suche nach verbogenen Religien, äh, verbogenen Religien, die ja Vorgaben gesehen zu haben. Ich denke daran, dass in der Anwesenden nur damit bleiben muss, ganz egal was geschieht. Okay, es geht da lang, aber es geht auch hier lang. Okay, komm ich da hoch? Wo geht's hier lang? So eine Stille, wo ich mich festhalten kann. Ich sehe gerade nichts. Oder dort? Oh. Okay, muss ich mich wieder schwingen? Ah. Das sieht auch anders aus, ein bisschen. Na ja. Kann ich doch nicht durch die Gitterstilbe. Ich glaube, kriegt man wieder so eine Fähigkeit, wo man da durch kann. Da ist das Lernschwert. Das ist das Lernschwert. Das ist das Lernschwert. Das ist das Lernschwert. Wir sind unsere Familie, nicht weg! Das ist dein Platz, mein Lieber! Das ist ja nicht los, ey! Das ist dein Platz, mein Lieber! 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 Okay! Das ist dein Platz, mein Lieber! 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 Schwein! Aua! Spring! Ah! Spring! Spring! Ah! Fuck you! Comet aus! Bin ich auf der Flüte zu bürgen? Ah, okay! Das ist dein Platz, mein Lieber! Z changing sich ganz vielfällig. Okay, interessant. Wollen wir ja mal sehen. Also mit den Spezialwaffen können wir natürlich keinen Fokus aufladen, nur mit unseren normalen Angriffen. Das war schon in Teil 1, oh. Stirb, du redende Steinshäßliche. Hässlich hier. Oh, fuck. Wow. Unfreundlich. Ich bin der Fürst und du bist ein Stück. Gemischtes hier aus dem Planke. Ich weiß nicht, was du bist. Fuck. Okay. Oh ja. Schau, wunschu du mich bremsst. Okay. Oh. ist er gut, ist er gut ich rufe mich für einen witz fuck oh fuck oh no fuck 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 das gibt es nicht okay okay jetzt haben wir den Schmuck zu folgen Ah, ich folgte die Bessenz. So, letztes Mal. So, es stirbt. Ja, vom dritten Mal, das klappt alles. Scheiß. Okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. 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 Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Schnitt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gemacht hier. Neue Fähigkeiten erhalten, am Boss geklatscht. So am kleinen zumindest. Und ja, ich würde sagen, mir gefällt das bis jetzt sehr gut. Wir sehen uns mit diesem Part. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssi, Kowski.